Einen wunderschönen guten Tag oder wie auch immer. Hier ist wieder der Leo von Leos Alltag. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute werde ich endlich mal wieder ein schönes Unboxing machen. Worum es geht, siehst du gleich. Heute werde ich nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder ein Unboxing-Video machen. Wollte ich schon lange mal wieder machen. Und zwar handelt es sich um eine smarte Türklingel. Ja, eine smarte Türklingel. Was das genau ist, das möchte ich euch heute in diesem Video einmal zeigen. Ja, heute muss ich leider auf eine zweite Kamera verzichten. Deswegen wusste ich nicht genau, welche Kameraposition ich wähle. Ich weiß, dass ihr das nicht genau sehen könnt. Deswegen werde ich das Unboxing hier so ein bisschen weiter oben machen. Werde alles auspacken, werde euch das einmal zeigen. Ich habe es tatsächlich noch nicht aufgemacht. Deswegen werde ich jetzt damit einmal anfangen. So, wie macht man das denn hier mit dem Plastik? Ja, ohne Messer ist natürlich schon mal richtig blöde. Ich kann es auch einfach wie ein typischer Portugiese mit den Zähnen machen. Geht. So, dann habe ich es hier schon mal. Und dann werde ich es einmal, das wird wahrscheinlich genau so geöffnet. Ich mache das Ganze mal auf. Voila. Wie man sieht, sieht man erstmal nichts. Es ist alles sehr schön eingepackt. Genau, das Erste, was drin ist, ist so in einem Schaumstoff verpackt. Ja, und dann haben wir auch direkt ganz oben dran die Klingel. So sieht das Ganze aus. Ich weiß nicht, ob er richtig scharf stellt oder nicht. Auf jeden Fall oben die Kamera ist ein 2K-Sensor. Also richtig scharfe Bilder soll es das Ganze geben. Und unten der Druckknopf zum Klingeln. Und wenn man klingelt, dann kommt da wohl so eine kleine LED. So, was ist dann noch drin? Dann ist hier noch so ein Kasten drin. Das ist eine sogenannte Homebase. Also sprich, die Klingel verbindet sich hier mit und nicht direkt mit dem WLAN. Das hat gewisse Vorteile und das fungiert auch als Klingel. Alles relativ gut aufgeräumt. Jetzt ist hier nur noch ein Paket drin. Ja, man hört hier schon die Schrauben. Also wir haben einmal ein LAN-Kabel. Das ist, damit man diese hier an den Router anschließen kann. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Auch den Stromanschluss für die Homebase, der ist natürlich auch dabei. Auch wenn man nicht in Deutschland wohnt. Ist irgendwas anderes dabei. So, jetzt wird es natürlich ganz interessant. Und zwar haben wir hier die Vorrichtungen für die Wand. Also das Ganze muss ja irgendwie montiert werden. Und das passiert hier mit. Und zwar, ja, das könnte es sogar sein, dass es tatsächlich so irgendwie angebracht wird. Bei uns muss es tatsächlich ein bisschen schräg sein, weil sonst sieht man nichts. Das, ja, so ist die Wand halt. Ein, ja, ein Micro-USB-Kabel zum Aufladen der Klingel. Die muss natürlich auch aufgeladen werden. Die werben mit einem halben Jahr Akkulaufzeit. Ich habe mir auch ein paar Reviews angeguckt dazu. Ja, fünf, vier, fünf Monate soll das Ganze auch erreichen. Das ist eigentlich ganz schön. Allerdings finde ich Micro-USB für 2020 vielleicht ein bisschen unangebracht. Da wäre USB-C natürlich wesentlich schöner gewesen. Und wir haben hier noch Verlängerungskabel sozusagen. Denn man hat die Möglichkeit, ich hoffe, das kann man irgendwie sehen. Man hat die Möglichkeit auch, das Ganze an eine vorhandene Klingel anzuschließen. Wenn man eine hat, damit die halt auch klingelt. Aber haben wir nicht. Deswegen sind diese Kabel schon mal, ja, egal. Und genau. Dann werde ich jetzt einmal rausgehen, werde das Ganze montieren. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Und dann schauen wir uns mal die App an. Bis gleich. Tja, liebe Leute. Ja, jetzt montiere ich dieses ganze Ding und habe leider gemerkt, jetzt im Nachhinein, dass ich alles, was ab jetzt kommt, dass ich schön als Mikrofon hier dran hatte, aber es nicht an der Kamera angeschlossen war. So ein Scheiß. Deswegen wird der Ton ab jetzt leider ein bisschen blöde. Ja, verzeiht es mir. Deswegen wird es wahrscheinlich sehr rauschen im Hintergrund, weil ich es lauter machen muss. Aber ja, es nützt leider nichts. Aber so ist es halt nun mal. Das kann auch passieren. Zack, das war es auch schon. Ich muss sagen, das war wirklich sehr einfach. Wir hatten vorher auch eine smarte Klingel. Und jetzt haben wir das aber aus verschiedenen Gründen gewechselt. Und das war wesentlich schwerer, das Ganze zu installieren. Denn jetzt war es wirklich einfach. Eine kleine Vorlage ist dabei. Zwei Schrauben, zwei Löcher rein, Dübel rein und dann einfach verschrauben das Ganze. Und ihr habt gesehen, die ganze Klingel wird einfach reingeklickt. Das Ganze hat einen integrierten Akku. Das heißt, es lässt sich dann einfach die ganze Klingel rausziehen und über Nacht sozusagen laden. Über Nacht will man ja sowieso meistens nicht gestört werden. Aber das soll ja sowieso fast ein halbes Jahr halten. Und hier ist so eine überdimensionierte SIM-Nadel, nenne ich sie mal. Das ist ein bisschen wie beim iPhone, wenn man die SIM-Karte rausziehen möchte. Da geht man einfach nach unten, zack, und nimmt die komplette Klingel raus. Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Das ist natürlich ein ganz kleiner Nachteil, dass ein verbauter Akku drin ist. Das heißt, das Ding wird mich nicht überdauern, sondern wird irgendwann halt ausgetauscht werden müssen. Für den Preis, muss ich sagen, ist das aber okay. So, die Homebridge oder wie auch immer das heißt, das Ganze habe ich schon mal installiert. Ist am Strom dran, ist mit dem Kabel am Router dran. Und jetzt ist sozusagen das Smartphone dran. Die App habe ich bereits runtergeladen. Ich werde euch im Prinzip gleich das Bild von dem iPhone sozusagen erzeigen. Genau, dies hier ist die App. Und ja, ich tippe da mal rauf. Und dann werden wir mal schauen. Ich war da selber noch nicht. Möchte die Mitteilung senden? Ja, das erlaube ich natürlich, weil wenn jemand klingelt, dann muss das natürlich auch funktionieren. So, ich werde mich hier, glaube ich, einmal anmelden müssen. Genau, ich registriere mich eben und bin gleich wieder da. Ich habe gemerkt, ich war schon mal registriert bei denen. Und das hat den Grund, dass ich von Euphi oder Euphi oder wie auch immer das heißt, bereits eine smarte Waage habe. Und da musste ich mich auch anmelden. Und ja, das nutzt dann natürlich das Gleiche. So, genau, er fragt mich jetzt, ob ich per Face-ID, also das Gerät hat Face-ID, wenn es nur mit einem Touch geht, das ist natürlich Touch-ID. Ob das benutzt werden soll, dann zeige ich einmal mein Gesicht. Und dann ist das auch fertig. So, jetzt kann ich ein Gerät hinzufügen. Ich mache das Ganze mal. Und das wird die Homebase 2 auf jeden Fall sein, oder? Ich gucke mal. Battery Doorbell. Auf jeden Fall die Homebase 2. Genau, habe ich angeschlossen. Ja. So. Ich möchte meine Kamera zugreifen, das ist okay. Jetzt muss ich den QR-Code scannen gehen und bin gleich wieder da. Zu dem Thema mit der alten Smart-Klingel. Wir hatten diese Ring Video Doorbell 2. Das ist die, ich glaube, die wurden von Amazon aufgekauft oder so. Aber irgendwie war das relativ schwierig. Denn erstens hat die nicht aufgenommen. Sprich, sie hat nur aufgenommen, beziehungsweise sie hat nur aufgenommen, wenn man ein Abo abgeschlossen hat. Und es wurde halt alles Cloud-mäßig gespeichert. Das fanden wir nicht so cool. Und zweitens, immer wenn es drauf ankam und es hat jemand geklingelt und man war nicht zu Hause und man wollte heute vielleicht mal gucken, wer es ist oder vielleicht mal sagen, hier, pack mal die Pakete irgendwo anders hin. Ausgerechnet da ging es meistens nicht. Ja, und wir hatten auch manchmal Probleme damit, dass man gedrückt hat und es hat erst irgendwie 8 Sekunden später geklingelt. Ja, da ist jeder Paketbote meistens weg, so wie wir das kennen. Und das ist es halt, warum wir uns jetzt für eine andere entschieden haben. Jetzt gucken wir mal. Ja, weitere Geräte hinzufügen. Jetzt habe ich hier eine Battery Doorbell. Ja, ich muss einen QR-Code scannen. Oh, ja, das ist ja... Ich bin gleich wieder da. So, das war komisch. Und zwar hat die Klingel komische Geräusche von sich gegeben. Und so hat die Homebase tatsächlich dann im Nachhinein die Klingel gefunden und die dann sozusagen gepaart. Das Schöne daran ist, dass die Klingel selber nicht im WLAN ist. Das heißt, man kann sie sozusagen nicht direkt hacken zumindest. Die ist halt mit der Homebase verbunden. Das ermöglicht auch diese bessere Akkulaufzeit, sage ich mal. Und ja, und auf der Homebase werden Videos auch gespeichert. Das heißt, es gibt keinen Cloud-Speicher. Es gibt keine monatlichen Kosten und die sind da drauf gespeichert. Beziehungsweise wenn jemand die Klingel, ein Einbrecher die Klingel zerstören sollte oder abziehen sollte, da wird es bis zu dem Moment auch noch auf der Homebase gespeichert. So, was haben wir noch? Ist an ihrer Vordertür eine herkömmliche Verkabelte? Nein, habe ich nicht. So, wenn sie... Ne, das muss ich jetzt nicht sehen. Ist ihre Tür in Richtung Straße ausgerichtet? Nein, ist sie nicht. Also, das sind jetzt ein paar Fragen, die werde ich einmal durchgehen. Überprüfen Sie die Tiefe des Bereichs. Das ist mindestens länger als drei Meter. Ja, genau. Ja, das geht nur leider nicht tatsächlich. Aber gucken wir mal weiter. Prüfen Sie die Live-Ansicht. Jetzt bin ich gespannt, wie das aussieht. Ja, nicht, das ist... Ja, das sieht so aus wie die alte. Außer, dass die Qualität wesentlich besser ist auf den ersten Blick. Das ist wirklich... Das sieht wirklich krass aus. So, ja. Ich hätte sie auch lieber ein bisschen anders, also ein bisschen nach vorne gerichtet halt. Aber das geht da leider nicht. So ist das halt. Somit ist das eingerichtet. Und ich muss sagen, ich bin erst einmal positiv überrascht. Ich werde natürlich gucken. Vielleicht werde ich im Nachhinein nochmal berichten, wie das tatsächlich ist, wie das läuft. Erstmal einstellen, wie der Klingelton sein soll und so weiter. Man soll auch die ganzen Alexa-Lautsprecher hinzufügen können, dass die klingeln. Das werden wir erstmal lassen. Aber, ja. Also, ich bin erstmal zufrieden. Und, genau. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu haben solltet, Anregungen haben solltet, dann lasst es mich wissen. Ich habe unten das Produkt auch nochmal verlinkt. Falls ihr da Interesse habt oder Lust drauf habt, dann könnt ihr es über den Link kaufen. Da würde ich mich freuen. Und ansonsten abonniert mich gerne. Da würde ich mich natürlich auch freuen. Ich habe auch einen Instagram-Kanal und ich habe auch, auf Facebook bin ich auch, ist alles unten in der Videobeschreibung. Und, genau. Ansonsten, ja, war lange kein Video mehr, aber ich habe es euch versprochen, dass dieses Video auf jeden Fall kommt. Und deswegen ist es schon da. Bis denn. Euer Leo. Ciao. Ciao. Ciao.